Dadurch verbraten wir auch nicht so instant schnell viel Nahrung. So. Du hast nur eine Vorstadt gebaut. Zack. Geh hier mal Nahrung ernten. Du baust gerade. Du erntest gerade Nahrung. Genau. Okay. So. Euch stelle ich mal kurz alle auf Halt. Und dann verschwindet ihr nämlich aus der Liste der Einheiten, die sich bewegen könnten. Okay. Niemand mehr. Gut. So. Da kommen die Agents wieder alle ran. Das sind zwei Stück jetzt. Das sieht man nicht gescheit. Das ist einer. Okay. Es wurden aber zwei gesichtet. In der Nähe von Mandel. Es wurden zwei gesichtet. Ich sehe aber nur einen hier im Moment. So. Da reicht eine Einheit. Schießen über den Haufen hier. Zack. So. Ab hier fackelt und noch einen Rang aufgestiegen. Ja. Super. Okay. So. Nochmal feindliche Einheiten irgendwo. Nein. Sehr gut. So. Du gehst mal auf Heilung. Der Rest bleibt auf Stadtschutz. So. Avenger Panzer. Ich stelle ich jetzt mal kurz alle auf Stadtschutz. Dann sehen wir nämlich direkt, wenn A, wenn eure Einheiten fertig sind. B, wenn andere Einheiten mit dem Bauen fertig sind. Genau. Siehst du? Zack. So. Dann sehen wir das einfach ein bisschen schneller. Das Ganze. Macht uns das Handling dann etwas leichter. So. Da haben wir jetzt Panzer, 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 Panzer. Okay. So. Jetzt kostet ein Flugzeug. Oh. Da draußen noch 20. Ja. Also ein, zwei Soldaten mache ich schon noch mit rein. Gerade wegen den Fuß Einheiten. Wäre das doch schon etwas praktischer. So. Und nächste Runde. Markt Mikrostruktur. Mit der zwei Einheit fertig. Sehr schön. So. Credits durchsteuern. Oh ja. Können wir mal reinhauen. Was kosten? 935. Gut. Hängen wir in Warteschleife. Das haben wir gleich zusammen. Daher dann logischerweise. Äh. Kostet sogar 1007. Okay. Gut. So. Wir können noch eine Wohnung. Ach, Schwede. Auch nee. Immer dann, wenn ich schön Militär zusammengebaut habe. Das ist doch scheiße. Mist. Jetzt haben wir gerade ja alles so schön da hochgebaut. Okay. Dann kriegen wir jetzt mal kurz einen Instant Boost hier. Und alle heilen. So. Forschung. Was können wir denn hier aus dem neuen Zeitalter mal machen? Gegen Operation. Antimaterie. Raketenwerfer. Leichte mechanische Einheit. Flammenwerfer. Panzerung. Nahrung durch Bauern. Jawohl. Zack. Wow. Vier Forschungswege. Okay. Gut. Die heilen jetzt alle hoch. Ja. Und da geht's schon los. Das ist doch scheiße. So. Aber jetzt schießen gleich mal die fetten Panzer mit. Dementsprechend verrecken uns nicht sofort alle Einheiten. Weil die Panzer halt hat auch wesentlich mehr Schaden. Na ja, siehst du. 8,3 Damage. So. Da kriegt noch ein Treffer und dann ist er weg. So. Wir haben jetzt aber nicht allzu viele Einheiten verloren. Das ist einfach der ganze Knackpunkt dabei. So. Hier haben wir jetzt eine Armee von 13. Sehr schön. So. Du brauchst ja noch weiter Einheiten. Genau. Das heißt, die komplette Armee nehmen wir jetzt mal. Und schlagen sie mit darüber. Ich will jetzt mal gucken, was eine Maximalkröße eine Armee ist. Wie viel man da maximal zusammen auf einen Haufen klempnen kann. So. Unsere Nahrung ist auch schon wieder am runterrauschen. Was aber klar ist wegen den Einheiten. Oh. Mist. Cyber Agent. Scheiße. Arasaka Minami 10. Die kann ich jetzt nicht mehr angreifen. Die hat jetzt uns unterwandert hier. Kacke. Aber die können wir mal umrennen. Bams. Und weg. So. So. Bin ich ja gerade vor, dass ich unsere ganze Truppe hier noch gepackt habe. Und drüber genommen habe. 900 Credits geklaut. Alter. Die hocken jetzt immer noch dort, oder was? Oder sind jetzt draußen? Raketenkontrollzentrum fertig. Na, danke. Okay. Oh ne, warte mal. Du gehst mal auf Heilung. 121,9. Okay. Also es geht. Jetzt haben wir eine Armee von 19 Mann hier drin. Das ist meine Hausnummer. So, die stehen alle auf Heilung. Gut. Können wir hier noch irgendwas umkrempeln? Nein. Geländewagen. Habt ihr noch was? Nein. Adventure Panzer. Nein. Nein. Okay. Wir haben aber glaube ich jetzt auch neue Sachen hier entwickelt. Ne, da war nichts. Heilfauer. Headhunter SSG. Gegen biologische Einheiten. Minus gegen mechanische. Weißt du was? Dann tun wir die jetzt mal auf mechanisch umklöppeln. Dass sie gegen mechanische Einheiten mehr Damage machen. Das lassen wir mal. Beziehungsweise einen würde ich gerne auf X. Xenomorph umhauen. Dass wir die Chance haben. Aliens für uns zu gewinnen. So. Pläne sind umgeschrieben. Gucken wir mal. 762 Credits. Okay. Da 0. Aber für die dann nochmal. Minus 96. Okay. Achso, weil das billiger ist. Ah, okay. Aber jetzt unsere Stärke natürlich etwas runtergegangen. Ja gut, okay. Risiko. Noxium Gesellschaft hat ein Raketenkontrollzentrum gebaut. Na, danke. Die werden uns wahrscheinlich gleich über den Haufen ballern hier. Na ja gut. So, was kostest du? 1.000. Ja, denke. Es ist... 1.024. Auch nicht besser. Den können wir auch mal abbrechen. So. Okay. Eine Feldausbildung haben wir fertig. So. Wir haben jetzt ein Militär von 19 Mann. Unsere Leute heilen noch alle hoch. So. 139. Wollen wir mal gucken, was wir haben, wenn sie alle fertig sind. Du bleibst mal noch auf Heilung. So. Raketenkontrollzentrum. Adamantverarbeitung, Panzerung, die etwas stärker ist, dann gut. So. Die sind noch am Durchheilen. Jawohl. Sollen sie mal noch machen. Ja, das sieht doch mal ganz anders aus jetzt. Was bist denn du für einer? Seibert. Alter. Die rennen. Kannst du mal stecken hier. Schüss. Ich glaube, es scheppert hier. Wow. Okay. Wir müssen definitiv was mit einer Panzerung machen. Das bringt gar nichts. 50% mehr auf alles. Also. 50% mehr Schlagkraft. Ah. Deswegen das Blaue. Okay. Und auf Soldaten dasselbe. Müssen wir jetzt zwar alle wieder umrüsten. Wäre mir jetzt aber ehrlich gesagt egal. 1776. 672. Ah. Verdammt. Top 2. 200. Ach du Scheiße. Schade. Weißt du was? Dann schrauben wir erstmal einen Regulator zusammen, dass wir eine Magnete zusammen kriegen. Credits durchsteuern. Das langt doch, wenn es bei einem entwickelt. Na wobei, können wir aber bald machen. Gibt ja mehr Punkte dann im Endeffekt. Unsere Nahrung rauscht wieder gerade herrlich tief in den Keller. Das ist... Okay. Baue du mal noch eine Farm hin. Hier haben wir Vorstadt, Vorstadt, alles schon stehen. Zeug. Da geht gar nichts mehr. Okay. Ich glaube eine dritte Stadt wäre angesagt so langsam. Oder jetzt endlich mal beim Gegner hier einlaufen und mal für Rambazamba sorgen. Wäre ja eigentlich sinnvoller, denke ich. Einfach mal ein bisschen Tabula rasa machen da drüben. Heilt der eigentlich? Ah jetzt. Okay. Mäntel ist gewachsen. Schon wieder. Ja. Raketenkontrollzentrum. Wir wissen es. Jetzt kommt es schon mit Fliegern an hier. Ich glaube ich spinne. Och ne. Jetzt können wir die nicht mal angreifen. Das kann doch nicht wahr sein. Oder sind das nur Transporter? Ne. Kampfflugzeug. Super. Ganz toll. Ach der fliegt in. Wegen mir kann er durchfliegen. Ist mir egal. Solange uns hier nicht die Töte einrennt. So. Du kannst mal weiter heilen. Ich warte eigentlich nur, dass wir jetzt mal kneten. Jawohl. Zack. 500 Credits. Was kostest du? 188. Zack. Weiter reingehört mal so. 59 Credits. Mal gucken, was wir jetzt kriegen. 192. Na das sieht doch mal ganz anders aus jetzt. Können wir dich mit dem angreifen? Ne. Nein. Wandern einfach nur alle rüber. Ja. Ja toll. Okay. Wann waren wir wieder alle zurück. Weil es so schön war. Keine Einheiten, die Flieger angreifen können. Das ist ja kacke. Panoptikon-Städte. Okay. Minus 100% Chance auf Infektion für gegendische Agenten. Na gut. Sind die zwar die Moral, aber die kommen nicht mehr so einfach bei uns rein. Cyber Agent. Wo denn? Der Greif wieder bei uns drin. Wo denn? Alter. Ach, ach, ach. Das Wachstum muss runter. Egal wie. Können wir das nicht irgendwie ändern? Produktionen in Credits. Und Wachstum. Ja, danke. So wie. Scheiße. Na gut, weil wir halt so viel Militär im Moment haben. Ist dementsprechend natürlich ja auch die Hüte voll. So. Was entwickeln wir denn gerade? Der Gebäude plus 8 Moral. Okay. Nahrung. Weißt du was? Ich lasse die Nahrung jetzt mal in den Keller rauschen. Wir machen nur den. Ich lasse die Nahrung jetzt mal komplett auf 0 gehen. Dann sinkt nämlich die Wachstumsrate. Und dann haben wir wenigstens einen halben Meter Zeit. Hier mal ein bisschen. Cyber Agent schon wieder. Oh. Ah, ja. Jetzt sehe ich einen. So, ja. Peng. So, erledigt. Ja, hör doch auch mit dem Rumgehüpfe hier da. Das ist doch. Du gehst da runter. Du gehst da hin. Ich ständig rumgehüpfe hier. Das ist doch. So. Du produzierst im Moment gar nichts. Plus Wachstum. Oh, die sollen mal aufhören mit dem Wachsen hier. Das können wir mal machen. Das können wir mal machen. So. So. Zwei Feldausbildungen haben wir noch. Das heißt, wir holen jetzt mal unsere Truppe jetzt noch komplett hoch hier. Schwupp. So. Und gleich nochmal. So. Höher wie 10 geht es ja nicht, aber das macht ja nichts. So. Und hier geht dann mal auf Heilung. So, dann sammeln wir jetzt noch ein paar Credits zusammen. Raketenkontrollzentrum. Ja, wissen wir. So, Truppen sind wieder in der Stadt. Heilung. So. Okay, ich lasse die Nahrung jetzt bewusst mal auf 0 laufen. Dann sinkt nämlich auch das Wachstum. Aber wir haben mal einen halben Meter Luft zum Schnaufen. So.